Haltet euren Mindestpreis ein, wenn er richtig kalkuliert ist und sprecht mit Kollegen drüber, dass gewisse Preise einfach nicht rentabel sind und erklärt ihnen warum. Warum? Weil solange einer das nicht weiß und sagt, naja, mir reicht es doch. Ja, dem vielleicht schon mit 55 in seinem Einzelzimmer, WG-Zimmer, ja, mit seinem Fahrrad, Single, ja, den Frauen klappt es halt nicht so. Sag mal ehrlich, welche Frau will ab einem gewissen Alter den Mann, den sie haushalten muss? Sind wir ganz offen. Was ist an einem armen Mann interessant? Du hast schon einen? Super, dann hoffe ich, dass der dir treu bleibt, ja, und dass ihr euch gut versteht.